Tja, wenn man es nicht kann, gut, Brot, Essen, nom nom, anonyme Nachricht. Korbo, wir, wir sind, spielt keine Rolle, aber sei gewiss, wir glauben an sie. Ah, toll. Hier ist der Schlüssel zu ihrer Zelle. Wenn sie aus der Zelle treten, begeben sie sich zum Verhörraum. Nehmen sie den Sprengsatz dort und legen sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen sie zum Fluss, verschwinden sie aus der Kanalisa- äh, in die Kanalisation. Ah, toll. Immer irgendwo in verdammten Röhren rumkriechen, das liebe ich ja. Dort werden sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird ihnen eine Waffe direkt vor die Zelle platzieren. Und nun viel Glück brauchen sie gesund für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Aha, gut. Schlüssel. Ist da jemand? Hallo? Gut, guckt da keiner hin. Ist irgendwie gar keine Wachen. Alles leer hier drin. Gut. Schwert. Und Geld. Meines. Meines. So, Blocken war mit. Genau. Steuerung. Und genau. Ich konnte mich da hinschleichen. Warum haben so viele Leute zu dir? Richtig. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du link im Austausch drückst. Oder schleichst dich von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne zu töten. Hm. Naja. Was ist jetzt besser? Alle umzubringen oder sie nur bewusstlos liegen zu lassen? Ich weiß nicht. Das ist wie die Entscheidung bei Black and White, ob man jetzt gut oder böse ist. Aber ich werde es mal probieren, so gut wie möglich zu sein. Dann. Dann nehmen wir den gleich mal mit. Dumm, dumm, dass es keiner merkt. Genau. Ich schmeiß den mal in die Zelle, weil die kann man nachher wieder zumachen, glaube ich. Da hier. Abwehr, hast du was zum Spiel? Komm, den. Ah, nee. Kann auch manche Kippen. Einzelhafte Zellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es konnten durch den Einzelhafte Zellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ich würde im Leben nichts von dem Bolz klauen. Ich habe nur auf dem Dach gearbeitet. Natürlich. Nerv jemand anderes. Oh, oh. Da hat mich, glaube ich, gerade eine gesehen. Also dieses Zeichen über den Kopf von den Wachen, das bedeutet, er hat irgendwas gesehen. Und er ist aufmerksam in dem Moment. Also, äh, das ist jetzt gerade taktisch blöd. Nur Wind oder sowas? Nur Wind. Genau. Es war nur Wind. So, genau. Guck mal weg. Dann schleiche ich mich mal rein. Ich hoffe, das haut hin. Zack. So. Dich kann ich aber looten. Yay, Münzen. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Bäh. Dass der mich nicht sieht. Warte. Egal. So. Beutelgeber. Mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So, meine Waffe. Dann, das hier sind so, ähm, Gesundheit, so Medipacks im Grunde. Zum schnellen Heilen. Ich habe eine ganze Kugel. Die werde ich mir jetzt noch aufsparen müssen, weil... So. Einmal da hoch. Höh. Dann gibt's hier Dose mit eingelegtem Wahlfleisch. Mh. Mh. Lecker. Gepökeltes... Was? Gepökelter Hexenfisch. Ja, mein Leibgericht. So. Münzen. Meins, meins, meins. Jetzt haben wir ganze drei Kugeln. Also mit denen müssen wir auf jeden Fall sparsam sein. Das macht auf jeden Fall auch Krach wie Sau. So. Hier noch ein paar Münzen. Unzerstörbare Tür. Okay. Mit F öffnen und gedrückt für das Schlüsselloch gucken. Dann spänen wir doch mal hindurch. Es sei denn, weil ein Wach-Offizier begleitet. Es kommt und durch den... Hä? Kann das solche. Ah, okay, Sermann. Also wenn ich weggucke, dann höre ich gar nicht, was der sagt. Ich höre also nur das, was ich sehe. Okay, so geht's auch. So, dann versuchen wir das mal wieder... ...so vonstatten gehen zu lassen, dass ich keine Aufmerksamkeit erledige. Weil hier standen vorhin zwei. Ich weiß nur nicht, wo der eine ist. Schlüssel, genau. Münze. Da unten war jetzt nichts mehr, wenn ich mich nicht irre. Weil da konnte ich nur die Tür aufmachen. Machen wir die mal auf. So. Genau, der ist jetzt bewusstlos. Dann nehme ich mir den mal. Nicht, dass der aufwacht. So. Tür zu. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay, gut. Also... ...nur für geladene Gäste. So, wir sind im Hofgang. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Ich schleiche mich jetzt hier mal weiter durch. Oh, da ist er ja. Habe ich mir doch gedacht. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Kommt zu Papa. Jawohl. Zack. So. Ähm. Der schnarcht. Ha! Wie geil. Okay, ähm. Gut. Ah ja, genau. Das hier finde ich auch ganz lustig. Hier laufen überall Ratten rum, weil die Stadt total rattenverseucht ist. Oh, das habe ich vorhin nicht hinbekommen. Ich habe die vorhin immer gleich zerteilt. Komm mal her. Genau so. Also es wird einmal nur totgeschlagen und einmal zerteilt. Und hier liegen nur das. Ich habe keine Ahnung, für was ich die brauche. Wahrscheinlich um Ausrüstung zu kaufen später. So, verhört. Da ist keiner drin. Gut. Machen wir mal auf. Tudum. So, Zeitbombe. Mal gucken. Im Seld. Natürlich, ich kriege den einfach so auf. So. Liegt hier noch was Schönes. Erfahre, wie du das Tagebuch verwendest. J. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Dort kannst du deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen, sowie übernatürliche Kräfte verwalten. Cool. Kriege ich auf der Registerkarte, um die Bereiche zu wechseln. Ja, dann lass mich doch mal rein. Ziele. Platzieren im Sprengsatz. Notizen. Ah, das war die erste Nachricht. Ah, ich hab schon 164 Münzen und drei Elixiere. Dann Schlüssel, Schwert und Pistole. Drei normale Kugeln. Keine Verbesserung. Okay. Na gut. Machen wir hier mal den Ninja Looter. Wieder zu, wir sind ja ordentlich, ne? So, was haben wir da? Eine Flasche. Ups. Äh, das wollte ich nicht. Auszug aus einem Buch über das esoterische praktische... Was? Äh, nein. Tut mir leid, aber ich werde nicht alles vorlesen. Das muss nicht sein. So, liegt hier noch irgendwas, was ich brauchen kann? T-Tasse. Hier. Uff. Äh, nein. Hier ist nichts mehr. Flaschen, Flaschen. Münzen. Meins. Flaschen, Flaschen. Gut. Nichts mehr. Ähm. Anweisung des wachhabenden Offiziers. Corvo Atano, der frühe Kaiserlich Schutzherr, muss zum Verhör sicher gebracht werden. Von äußerster Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseher Kärmpel werden das Völker persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo seine... Was? Durch seine Hände stirbt. Statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist der Kopf der Nächste, der rollt. Okay, das ist mal eine Ansage. So, haben wir noch ein paar Münzen? Ui, das habe ich jetzt gerade noch nicht gesehen. Was passiert? Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte, als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Okay. Okay. Ui. Äh. Oh, oh. Ach, die geht da durch. Eine Woche im Voraus. Äh. Geht ihr hin? Angst? Ach, die ist ein fauler Sack. Hast du dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. So. Oh. Ähm. Hey. Scheiße. ich wollte deine Elixier-Ration kaufen als Maul ich muss irgendwie die morgige Hinrichtung nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdensägern mit entsprechender Genehmigung besucht werden so krieg ich den jetzt bleibt da stehen und dreht sich um was? Hexen? Hat der Hexenfisch? wow ich will den doch nicht töten au, bist du steckert so, Kopf ab Wahnsinn ey, ey cool was steht da? abgetrenntes Körperteil, ok ja, du siehst auch nicht mehr ganz frisch aus ja, das muss jetzt sein, der hat mich gesehen das war jetzt ich wollte das alles gar nicht so, ein Schlüssel wenigstens lebt der da noch sag mir doch noch mal nein das war jetzt komm mal ich hab Freunde zu sehen anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr es konnten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden eine Woche im Vorauss so, wenn ich mich jetzt recht erinnere geht der da nach links genau der aber dass der mich nicht sieht ich hänge ja direkt vorm Fenster juhu so, der geht weiter also eigentlich müsste ich dreh dich um ich komm da sonst nicht rein oh, jetzt hat er was bemerkt ich mach jetzt mal einfach auf so, komm 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 da hab ich dich ha so mal schnell die Tür wieder zu dass keiner was merkt so, äh gesundheitselixier hextfisch oh, die Gehirnrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtzlegern mit der Gnehmigung besucht er so, der hat noch Münster geht's hier lang ah, okay bleibt der da stehen, oder? ne, tut er nicht äh, du willst jetzt nicht hier hallo, kommst du? oh, 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 oh komm her ne ah, also das Tracking ist nicht so prickelt gerade ähm, gut jetzt fehlt nur noch der Kerl da draußen oh, hier müssen Kugeln ja, alle das pieklen, okay Wartungsteams würden den Einzelhaftzellblock nicht vertreten es sei denn, sie werden bei einer Fahne oh, oh boah, hallo das Wasser au komm, komm, komm boah zäh kommt mit dem Messer zur Schießerei ich glaube, es hack so so ähm genau, den Hebel ziehen so ach, scheiße, ich muss den Schnell wegpacken uah, Schnell weg, Schnell weg, Schnell weg, Schnell weg da waren dann noch Wachen, glaube ich ja, muss das doch und das war jetzt gerade knapp welche Richtung guckst du? ah, da hallo so Beute nehmen Münze ah, okay kommen wir doch einfach hier mal wieder zu Kugeln Alexia Walfleisch Hälfte, Schnell weg, Schnell weg, Schnell weg so ähm das war's, glaube ich so, hier muss die Bombe hin schnell weg, Schnell weg, Schnell weg, Schnell weg Bamm Bamm ja, schnell weg